Die Schlacht bei Neuseville am 31. August und 1. September 1870 zwischen der französischen Rheinarmee unter Basahine und der deutschen Zernierungsarmee vor Metz war eine Schlacht des deutsch-französischen Krieges. Benannt ist sie nach einem Dorf im Département Moselle Region Lothringen, etwa 8 km östlich von Metz. Hintergrund Marshal Basahine war mit der französischen Rheinarmee nach der Schlacht bei Greyflotte durch die deutsche 2. Armee unter Prinz Friedrich Karl Nikolaus von Preußen vollständig eingeschlossen worden. Bereits am 26. August 1870 befahl er einen ersten Ausfall aus der Festung um den deutschen Einschließungsring zu umgehen. In der Nähe des Fort Sankt Julien sammelten sich insgesamt drei französische Chor mit dem erklärten Ziel in Richtung Tionville auszubrechen. Weiterhin waren hier Potobrücken für die zusätzlichen Querungen der Orn und der Mosel bereitgestellt worden. Der Angriff geriet jedoch in schlechtes Wetter und gab hier den Preußen Zeit ihre Verteidigung zu organisieren. Der langsame Vormarsch der Franzosen konnte bereits von den deutschen Vorposten gestoppt werden und bald begann der Rückzug in den Schutz der Festung. Sankt Julien Aufmarsch der Gegner Marshal Basahine hatte in den ersten Wochen der Belagerung immer wieder Informationen und Nachrichten über die Aufstellung der Chalon-Armee unter Marshal McMahon erhalten, unterrichtet selbst jedoch erst am 29. August seine Chorgenerele vom bereits laufenden Entsatzversuch. Diese späte Information war nach dem Krieg einer der Hauptvorwürfe gegen Basahine im Kriegsgerichtsverfahren wegen Verrat. Basahines Plan sah vor, auf dem rechten Ufer der Mosel mit seiner ganzen Armee die feindliche Einschließung zu durchbrechen, bei den Hofen die Mosel zu überqueren und sich in Richtung Sidan mit McMahon zu vereinigen. Er ordnete für einen neuerlichen Ausfall an, dass das dritte, vierte und als Reserve des zwei Chor in der Nacht des 30. August die Brücken unterhalb der Festung überschreiten und am nächsten Morgen die beherrschende Höhe von St. E. Barbe nehmen sollten erst nach Erstürmung der Höhe sollte der Abmarsch der Armee angetreten werden. Aus unerklärlichen Gründen verzögerte jedoch Marshal Basahine den Beginn der Schlacht immer weiter, sodass es wiederum den Preußen möglich war, Verstärkungen heranzuziehen. Ursprünglich standen in Neuseville lediglich drei preußische Bataillone. Den deutschen Truppen standen etwa 90.000 Franzosen, acht Infanteriedivisionen und mehrere Kavaleriebrigaden mit zusammen 162 Geschützen gegenüber. Allerdings erhielten die deutschen Truppen auch Verstärkung von der linken Seite der Mosel. Teile des X-Chor überquerten die Mosel unterhalb von Metz beim Ort Haukun-Chor und konnten daher den geplanten Fluchtweg von Basahine nach Westen zusätzlich verlegen. Diese Truppenverlegungen fanden in Sichtweite der Franzosen statt. Die Aufstellung der Franzosen zum angestrebten Durchbruch in Richtung Nordosten. V. I. Chor unter Cannrobert bildet entlang der Mosel den linken Flügel gegen Malheu und Rupini. I. I. V. Chor unter Ladmiraut führt Angriff im Zentrum auf Feli. III. Chor unter Lebeläuf bildet den rechten Flügel bei Neuseville. II. Chor unter Frostart fungiert im zweiten Treffen in Richtung auf Malheu. Garde Chor unter Burbaki hält die Stellungen am Westufer der Mosel und fungiert als Reserve. Den Franzosen gegenüber lagen am östlichen Moselufa etwa 41.000 Mann mit 138 Geschützen. Die 3. Reserve-Division im Norden bei Malheu an der Mosel bis etwa Rupini. Das I. Chor unter Edwin von Manteufel in Surveni. Hinzu kamen an der später nicht angegriffenen Südflanke die Einheiten des II. Chor im Raum Lacknexi. Insgesamt verfügte der preußische Oberkommandierende vor Metz am ersten Tag der Schlacht über fast 60.000 Soldaten. Schlachtverlauf am 31. August. Marshal Basahine hatte am frühen Morgen fast seine gesamte Armee auf dem rechten Moselufa versammelt. Planmäßig sollte das III. Chor den Gegner im Süden festhalten. Das II. Chor hatte in Richtung auf Montreu das IV. Chor gegen die Linie Nui-Li-Surveni-Feli das VI. Chor in nördliche Richtung durchzubrechen. Die Garde blieb in Reserve. Anstatt einen sofortigen Angriff zu befehlen wurden ab Mittag noch schwere 24 Pfund Festungsgeschütze aus dem Fort Sankt Julian nach Sankt Barbe gebracht, um die angelegten Straßensperren zu zerstören. Diese Maßnahme kostet erneut mehrere Stunden. Erst vier Uhr nachmittags wurde unterstützt durch ein heftiges Geschützfeuer der Kampf begonnen. Der erste Angriff richtete sich gegen die Linien der Preußischen 1. Die Vision unter Generalleutnant von Bentheim zwischen Fayy und Neusville, als der französische Angriff begann, empfing General der Kavallerie von Mannteufel den auf Sankt Barbe vorgehenden Feind sofort mit so wirksamem Feuer von 60 vor die eigentliche Verteidigungslinie vorgegangenen Geschützen, dass das Vordringen der Franzosen bereits hier in Stocken geriet. Nur auf dem rechten Flügel entriss die Brigade Justin Klinschand dem 4. Regiment das Dorf Neusville um 6 Uhr, während ein Versuch der preußischen 3. Infanterie-Brigade unter von Memarty das von den Franzosen besetzte Monteu wieder zu erobern, völlig scheiterte und auf dem äußersten rechten Flügel von den Franzosen auch Colombay und Aubigny genommen wurden. Dagegen wurde ein vom 3. und IV. Kor bei Anbruch der Dunkelheit erneuerter Angriff auf die wichtigste Stellung bei STE Babbe, die Dörfer Polk und Servigny und des 6. Kor auf Fayy von den ostpreußischen Regimentern zurückgewiesen. Um 9 Uhr abends nahm die Division Eymard das Dorf Servigny mit dem Bayonet, wurde aber bereits um 10 Uhr unter großen Verlusten wieder daraus vertrieben. Das Resultat der Kämpfe des 31. August war also, dass es den Franzosen gelungen war, sich durch die Besetzung von Neuss-Civil, Flanville, Coincy und Aubigny zwischen die 1. und 2. preußische Division Keilertich einzuschieben, dass dieselben dagegen in der Hauptrichtung des beabsichtigten Durchbruchs gegen die Hochfläche von STE Babbe infolge des hartnäckigen Widerstandes, der Preußen keine Fortschritte zu erzielen vermocht hatten. Der Angriff der Franzosen entwickelte nie die mögliche Stärke, sondern wurden nur halbherzig vorangetrieben. So erging an die Garde als Reserve kein Angriffsbefehl, sodass diese nicht in die Kämpfe eingriffen. Das Gardekorps war bereits in der Schlacht bei Greyflotte in Reserve geblieben und stand daher ohne größere Ausfälle zur Verfügung. Auf der linken Seite der Mosel war Prinz Friedrich Karl in seinem Hauptquartier in Bri also siegessicher, dass er gleichzeitig einen Abmarsch von Verstärkungen nach Sedan vorbereitete. Er belies die Führung der Abwehrkämpfe am östlichen Moselufa vollständig in den Händen des Generals von Manteufel, sandte diesem aber noch am Abend vorsorglich das I.X. Armeekorps unter General von Mannstein zur Unterstützung. Schlachtverlauf am 1. September General von Manteufel am frühen Morgen des 1. September durch die Ankunft des I.X. Armeekorps verstärkt versuchte das am Vortag verlorene Neuss-Civil wieder zu erobern. Ein Unternehmen das der preußischen I.X. Division unter von Bentheim trotz energischer Angriffe aber nicht gelang. Ein weiterer Angriff der Brigade Memati drang zwar in Flanville ein, scheiterte aber bei einem weiteren Angriff auf Neussville. Vom Norden her rückte aus dem Vallierestal auch die 6. Manteufel brachte die Artilleriestellung gegen Neussville auf 114 Geschütze und ließ jetzt herankommende Reserven zum neuerlichen Angriff diesmal gegen die rechte Flanke der Franzosen ansetzen. Das Eingreifen der 28. Brigade in Trist der französischen Division unter General Fouvard Bastoul die Dörfer Flanville und Coency. Marshal Edmund Lebeauf sah seine rechte Flanke gefährdet und gab seinem Korps den Befehl zum Rückzug, dem sich auch die nördlicher stehenden Korps anschließen mussten. Ein Angriff der Franzosen auf Féli und Roupigny wurde nicht nur abgewiesen, sondern nach dem vollständigen Eingreifen der 18. Die Vision unter General von Brangel sogar über den Bach von Chialis zurückgeworfen. Um 11 Uhr besetzten die Preußen ohne Widerstand Neussville wieder, und in der Mittagsstunde befand sich die gesamte französische Armee unter dem Schutz der Kanonen von Metz im geordneten Rückzug in die Festung. Die Verluste der am zweiten Schlachttag auf 70.000 Mann und 300 Geschütze verstärkten deutschen Armee am Ostufer der Mosel betrugen in den zweitägigen Kämpfen an Toten und verwundeten 128 Offiziere, 2850 Mann, die der französischen Armee 146 Offiziere und 3401 Mann.